Henning Nübel verschlosselt. Auf Bate 3, Gezweihung kam Nummer 28, Justin Hart am RVLT gegen Pascal Kroos und Graf Gillenheim. Bate 3, Gezweihung kam Nummer 28, Justin Hart nur 1,919 interceptaurow. Berlhung kam Nummer 28, Justin Hart am RVLT gegen Pascal Kroos und Graf Gillenheim. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Ante 1 geht es weiter, Tagesordnung 29, Matti Stolten vom HAC Straßamt gegen Leon Kolbe, Notfall ASC. Vielen Dank. 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 Auf Seite 2 wird sicher die Kampferung blau. Natanja Kuczynski. Auf Warte 2, Kampfformat 31, Sintlitzel, KSV Kauser.